Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen richtig coolen neuen Peilabglitch zeigen auf der Map Classfield. Für das müsst ihr zum Pega Punch Automaten gehen mit den DG5 Ragnarok Steben. Wenn ihr dann oben auf dem Zaun seid, müsst ihr genau in dieser Ecke hier sitzen, weil da könnt ihr nicht wirklich gehittet werden von diesem Black Ops, keine Ahnung. Sie haben ja da irgendeine Barrier hingetan, dass man immer gehittet wird. Ich zeige es gleich mal vor. Da wird man immer, wenn man da steht, wird man immer gehittet. Also bleibt wirklich in dieser Ecke hinten da. Wenn ihr nach links auf den Zaun geht, kommen die Zombies und die wollen ja über den Haag klettern, über den Zaun klettern. Und wenn sie das machen, schubsen sie euch so runter und dann seid ihr wieder unten. Aber das, was ich jetzt gemacht habe, jetzt seid ihr Out of Map, aber da könnt ihr nichts mehr machen. Ihr seid also verloren da draußen. Und ja Leute, wenn euch der Glitch gefallen hat und ihr neu auf dem Kanal seid, abonnieren und man hört sich im neuen Video wieder. Bye, bye.